Auf Hans Frachter ist man ziemlich solo und hallo und herzlich willkommen zurück zum Playset. Das Erwachen der Macht von Disney Infinity 3.0, neben mir der Drachenbursche. Neben mir der Lenn 16, ja. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein, außer dass wir auch wie letztes Mal etwas tun, nämlich begrüßen heute. Und zwar ist heute dran der Max und die Stefanie. Dich hintergehen? Das tut weh. Ich würde dich und deine Bande niemals hintergehen. Das hat er dir erzählt? Und wem willst du jetzt glauben? Einem nichtsnutzigen Weltraumpiraten oder mehr? Kopfgeld? Ich wusste nicht, dass die erste Ordnung Kopfgeld auf den Droiden ausgesetzt hatte. Das war jetzt eher schwach. Wir sind in einem Raum, jetzt sind wir nicht mehr in einem Raum. Was? Oh mein Gott, ist das alles abgekürzt. Das ist uns schwach. Ja, vor allem, es sind ja eigentlich auch zwei Gruppen, die da hinkommen. Nicht nur diese eine Gruppe von den Sölden, sondern es ist gewohnt. Ja, andere Truppen von Söldern und die sind alle da sind. Komm halt zu mir, komm halt zu mir. Wir sind nach oben, müssen wir. Ja, richtig. Aber du musstest erstmal nach oben kommen. Ich schaust nach oben. Das unter mir. Ein Spiel. Hurra. Sie ist es, es gibt auch seine Missionen. Unter mir scheint etwas zu sein. Aber das kann man ja auch eins wieder hinkommen, wahrscheinlich hier. Ihr habt gegnernd Blasen gewährt. Nichts. Ja, Blasen und Mächtige. Aber nicht flink genug, um Lensamen Blaster zu entkommen. Oh, das sind viele Gegner. Da muss nur einer an der Decke. Auch wieder ein bisschen kämpfen hier. Ein bisschen was sinnvolles. Was sinnvolles machen. Au. Was? Ja, ich keine Ahnung, wo das Ding hergerollt kam. Oh, Mann, ey. Ich check dieses Place jetzt nicht. Es tut mir leid. Es ist so. Man ist einfach zu sehr vom Film, glaub ich, geflasht. Und er wartet da ein bisschen zu viel. Ey, warte mal, hier sind wir in dem Raum wieder. Jetzt können wir vielleicht da hin. Ja, yeah. Nicht übel. Oh, was ist das mal scheiße. Wow. Das war gemein, vorher. Das war echt gemein. Siehst du, das ist ja auch ein bisschen, was man sich verpassen kann. Wenn man so was mit Kailes Münze auch sein. Kailes Münze gibt es dann wahrscheinlich auf dem Todesstern. Ja, Sakeler-Base, ich weiß. Was machst du? Was? Oh, man. Du schießt dich durch. Ja, wenn dann richtig, oder? Wenn man das cool. Oh, Mann. So, auch den Deckel gibt's. Ne, ne, ne. Hier lässt sich das nicht mehr gehen. ja die geraten liebe mehr runter ah ja da kann noch mehr da kann auch ein paar experten und da kann noch mehr nein also steht schon im richtigen ausgang die den weiß schon wieder was rausgeht wo es weiter geht immer ich habe die macht die ländliche intuition was die ländlichen für die ländlichen ländlichen wenn ich jetzt geschlecht natürlich ich bin das weibliche oder len das geschlecht von den möchten nicht über lands geschlecht reden nicht dass du die fehler hast oder so er hat sich die schlechter ist das bei der es werden mehr kranken die waffen mit kindern so schön Prozent weil ich mich einfach aus wird recht wir finden so gut bei der Hand zu kämpfen er hat mir in den Falken er ist ein paar Gegner besiegen und der Decke ist noch einer irgendwo gewesen helfen ein bisschen aber ich glaube ich bin eh eher befreit hier leicht stark bist komplett andersrum wie im film immer so die effektive ja weil finden kein blaster in der hand hat hätte finden lassen ja mit dem rausholen zu schießen zumindest am anfang nicht aber es auch besser dass er nicht schießt das zeigte einen guten charakter hatte macht ihn sympathisch das war auch so eine sache die mich dann später im film gestört hat wenn er dann auf einmal einfach ohne reue sagt ja dies soll die song war dann eben aber selber schießt seine eigene jahr vorher war ein traurig dass er seinen eigenen dass ein kollege darauf gegangen ist sein kollege ja das hat ihm halt gezeigt wie brutal krieg ist und dann um krieg über ein kräg der kann man machen sogar müssen zum millennium falcon ich will kein teil des kieges sein lass mich ein teil des kieges sein die teil des kieges sein er will der nicht mal wie heißt es doch so schön wenn etwas unmöglich klingt dann funktioniert es vielleicht behauptet das ihr werdet uns also helfen du bleibst lieber hier warte das ist nur halbbar ach wir sind zu spät der droide ist uns entkommen wie ihr es befohlen habt wurde das kopfgeld erhöht die kriminelle energie sorgt für den rest ich werde den droiden bekommen und ich werde den widerstand vernichten bb 8 ist überall an kopfgeld ausgesetzt je schneller wir dem widerstand die informationen liefern desto besser ich habe schlechte neuigkeiten dieses kleine manöver hat den hyperantrieb beschädigt das gute daran ich kenne da einen ort da überlegen wir uns wie wir bb 8 zum widerstand bringen auch anders im film ach jetzt sind wir wieder hier es ist eigentlich anja jetzt mal okay jetzt laden wir also hier so aus wie angelina jolie also diese figur sieht so aus im film sieht sie nicht so aus aber ja hätte man besser treffen können dafür sieht poe ziemlich cool aus als figur kyle sieht ja ich auch ganz cool aus hat er seine maske auf da ist konflikt potenzial zwischen uns ach wir uns haben wir haben beim anderen planeten war noch nicht im raum gell weiter kuh ja jetzt das ist eine mission aus ich kann reden ein shuttle bringt neue waffen zum ersten euro muss es aufhalten ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen nein ich wollte ich dachte ich wollte auch zum shuttle ähm ich wollte die sternkarte nicht aktivieren so jetzt hat jeder was gemacht was er nicht machen wollte ok takodana jakku starkiller es gibt weltraum takodana es gibt jakku system ok da kann man auch im weltraum ja wir kennen das protokoll der rede wir kennen das schon was du alles uns erzählst wo gab es mit jakku noch Herausforderungen ja ja ganz genau da und warte 24 das heißt aber ich soll die Suchtruiden loswerden mache ich wow viele Suchtruiden also es gab vier Herausforderungen das heißt drei wird es im Weltall geben ich kann schießen auf einmal ja ich bin ein X-Wing ich schieße das Ding ab das ist ja unsere Aufgabe ähm ja ich würde gerne treffen ja es brennt ja es brennt das war ein gutes Zeichen ja es ist dann fast wie bei oh wir sind mittlerweile auch Sturmtruppen angekommen jetzt brennt jetzt brennt es schon an zwei Stellen es ist echt nicht so einfach zu treffen das Teil es hat kein Autoziel komm das ist schwer das ist eine Sache dass es nicht ganz leicht ist aaaah so viel los hier wie soll man nicht ok das schaffe ich zeitlich ja niemals also das Zielsystem ist schon ziemlich meh dafür dass es nicht Auto zielt ich brauche dich unbedingt nachher ja das ist toll ja das ist toll ja ich dachte ich sag jetzt erstmal die teile hier ja mach mal ich sehe sie nicht ja ich habe ja Zeitpunkt das bekommen ok warum nicht ich das war auch so schwer diese Blinden zu drehen den soll ich erstmal los sein einer weniger ach du siehst sie auch diese drehen sie werden mir auf der Karte markiert aber aber kannst du nicht abschließen oder ich weiß es nicht dann musst du es nämlich dann auch ein Land damit wir nicht unterstützen das wäre ok schau mal die Schüsse an das sieht witzig aus ha 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 wenigstens haben sie die Gravitation hingekriegt ja gell teils jetzt nicht mehr jetzt sieht die Gravitation wieder aus ja ok 19 Sekunden noch blaue du kannst die Leute leichter treffen bringt das aber Punkte für dich ja oben steht ich brauche 20 ja schaffe ich ihn nicht mehr verdammt break it right job hier das ist Imperial March der ist falsch get your facts right ja das war aber ganz schön knapp ja neuer Versuch neues Glück ja macht das hier sind die Herausforderer ja ach so das ist wie eine andere Mission also es sind bloß diese lilaner Missionen die können wir uns eh sparen ja da muss die Sturmtruppe erledigen oder ich mach mal die Herausforderung da hab ich jetzt mehr Bock drauf was soll ich denn machen ok ich wäre nur mit einem Blaster bewaffnet im Alleingang Wellenanfliegender Teiljäger ab mit dem Blaster ok ok machen wir machen wir wie auch immer ihr hm fast fast interessant aber ich hab ja hier den Blasterexperten dabei in Form von Familien 16 ich gebe mein Bestes ähm ok ich wow mach gute Arbeit mach gute Arbeit das nimmt immer noch mich nimmt immer noch auf mich das Ausweichen sieht gut aus bei ihr mit dem Stab nein ich bin runtergefallen das war so knapp ich bin runtergefallen tut mir leid neuer Highscore neuer Highscore neuer Highscore das ist schwer abzuschießen die Teile wir müssen aber einige sogar erledigen oder sieben 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 aller guten Dinge sind sieben das Problem war dass man die Dinger nicht ausweichen kann das ist mein Hauptproblem machen zu viel Schaden schau wie ist die Sommer der Dinger ausweichen einfach immer hin und her gehen da habe ich ja wohl trotzdem gestorben äh trotzdem ja ich hab mich obwohl ich laufe also mich treffen sie nicht ja die schießen nur auf mich stimmt nicht ich wurde vorhin schon mal getroffen ich werde die ganze Zeit getroffen das Hauptproblem wird sein dass ich hier überlebe ich hüpfe mal ein bisschen du schießt sie aber nicht hüpfe und die schießen in den Augen ich fühle ja gut das Problem ist die Zeit das Überleben schießen nur auf mich ja gleich bin ich tot kann nicht hüpfen wie ich will irgendwann da müssen sie einen immer außer ich steigen in der Stufe auf und da bin ich weit von entfernt ja gleich ist vorbei ah gut ok man kann auch sterben das ist nicht so entscheidend entscheid Mensch was war es ja nix kann ich gell da muss uns wieder gegenseitig bekriegen oder spieler bei spieler das ist ja spannend aber bringt das Sterne ich glaube nicht ja der Hauswahrungsteil so was gibt es denn noch bei Schiffe Len piezt schon wieder weg natürlich ich will ja hier etwas vorantreiben natürlich gab es ja noch Herausforderungen oder sowas Ey Len hihihi kann man mal übersehen boba stammt bestand dass er im raum zu finden ist steht da das auf dem planeten zu finden ist ach so das zählt sein planeten wahrscheinlich sind die zwei münzen wollte gerade sagen dass die beiden übertrag nämlich auch im raum weil dabei echt viel geschaut haben wir noch mal der kura und fliegen mal kurz ein abstechen aus der kuren raum jetzt 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 abgewürgt ja aber ich musste stern es ist ja egal so macht immer die eck kann ich nicht das ist genau nicht liebsten dafür kann ich ein bisschen durch astroide felder lenken das kann ich ganz gut es ist ein fehlender raum um ein kurs zu bestimmen sind will da nichts bestimmen ich glaube weil du vorhin gelandet hast jetzt aber jetzt haben wir es geschafft oder ich kann nichts ändern das ist interessant ich kann bloß noch ich komme mit wahrscheinlich können wir es noch 10 ist noch als mission oder so gerade komischer x-fing ist auch einfach nur irgendeiner haben wir nicht mehr von poe genommen wäre viel cooler gewesen aber nein ok das ist ein langer anflug ja die war schon immer so lang außerdem lädt der planet ja gerade zum ersten mal schon daher sei es ihnen mal verziehen das lädt aber schon sehr lang ja das stimmt schon aber man sieht schon ein bisschen mehr siehst du da gibt es was von den bergen oh man sieht langsam mehr ja man sieht mehr auf einmal war auf einmal waren die wolken verschwunden wir sind halt beim willkommen auf takodana ein wildes nest an piraten schmugglern na du weißt schon uns an so einen ort zu bringen ist also eure vorstellung von ball flach halten soweit ich weiß sind wir nicht in der position wählerisch zu sein also hört zu wenn man dort rein will muss man sich normalerweise mit weniger sagen wir fröhlichen gesellen rumschlagen juli überprüft sie vorsicht ist besser als nachsicht finde jemanden der uns helfen kann ab sukiz lying eine münze habe ich gesehen gehabt gerade die stadt beim landann flog ja sie ist der landig hatte doch gesagt was habe ich die gesagt sie liegt ganz offensichtlich rum dass man sie gar nicht verpassen kann. Ich glaube ich muss gar nicht fragen. Gib her. Warte, warte, bitte. Nein. Was weinst du schon wiederum? Das Lichtschwertsound ist falsch. Haben sie den normalen Lichtschwertsound genommen? Aber es ist so lang. Oh mein Gott. Hört es an, es hört sich. Es ist die richtige, es ist die richtige Bewegung, aber es ist nicht dieses... Sag mal, wie es angeht. Aber es ist von der Reihenfolge passt, dass es erst rausgeht und dann die beiden Seitendinger kommen. Ja genau, und es ist diese Bewegung, die man halt aus dem Trailer kennt. Ja. Wie es anmacht. Die Szene im Übrigen habe ich verlässt. Ich muss gerade sagen, kamen die überhaupt im Trailer? Ne, kamen, äh, was? Ne, ne. Im Trailer kamen sie? Ja, im Film kamen sie nicht mehr. Im Film kamen sie nicht mehr. Also im Teaser kamen sie. Ja. Im Film kamen sie dann nicht mehr. Ja, es kam viele Szenen auch aus dem Trailer zum Beispiel dran, die dann einen komplett anderen Sound als Hintergrund hatten. Teasern. Die Trailer-Szenen, ja. Die Trailer-Szenen waren alle drin. Waren echt? Ja. Teaser. Es gab ja zwei Teaser-Trailer. Ja, ja, ja. Da wurde halt dann noch geändert. Ah! Irgendwo hier habe ich noch... Irgendwo habe ich noch... Da vorne war die Hütte, genau. Ach, das Hund. Ah, Gott sei Dank. Wenigstens der Sound. Wenigstens das. Und man sieht halt seinen komplett reckless Stil. Sein... Ja, einfach draufhauen. Ach so, das hatte ich gesehen. draufgeschissen, was alles dabei passiert. Zack. Ich hau hier einfach drum. Oma war noch in Münze, da hab ich noch eine gesehen. Mit so etwas Schönem hatte ich gar keinen Beschluss. Wieso warst du da? Wieso bist du dort? Wieso nicht? Wieso bist du an einem ganz anderen Ort? Weil ich bin ja mal besser als der Dunkelwart bin. Großartig. Was kommt jetzt? Großartig. Ist das da oben? Aber wie komm ich da hoch? Sag es mir dann. Okay, also sollte ich da wahrscheinlich nicht da hoch, oder? Ich brauche da irgendwie ein Flugzeug. Kann ich mich da dran festhalten? Jaaaa! Ein bisschen parkourmäßig. Bisschen Assassin's Creed geht immer. So, einmal auskommen hier. Der Part von Disney Infinity 3.0 ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Wenn du in Zukunft kein Video mehr von Disney Infinity 3.0 verpassen willst, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und natürlich lohnt es sich auch immer auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsch dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!